Hallo und herzlich willkommen zu Remordered Tormented Fathers. Das hier ist nicht die erste Folge, der erste Stream, sondern wir setzen hier mitten drunter fort. Wir sind im Haus angekommen, sind dem Killer schon begegnet, haben schon einige Items eingesammelt und müssen uns jetzt aber irgendwie durchschlagen. Ja, das ist es darum, ich habe mir schwer genannt bis jetzt mit dem Spiel, werde mir auch weiterhin schwer tun, aber mal sehen, ob ich hier alles Notwendige finde. Ja. Dann setzen wir fort. Ich habe jetzt original ein Metallkabel und ein Film und weiß nicht weiter. Das läuft gut, darum werden wir uns einmal umschauen, so gut es geht. Das ist ein Glück, das wird die Chance. Das ist ein Glück. Das ist ein Glück. Das ist ein Glück. Ich hoffe, er ist nicht da drinnen. Das war ein Fail. Das ist ein Glück. Das ist ein Glück. Das ist ein Glück. Das ist ein Glück. Ich muss hier aus. Ich weiß nicht, woher ist. Ich glaube, jetzt kommt er. das ist ein Glück. Das ist ein Glück. Ich muss meine Pille nehmen. Ich bin so freundlich von all of you! Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das habe ich schon gesehen. Ah. Oh, ja, da hinten nessa. Olha, da camiseta da hinten. Olha, da camiseta. So, nachdem ich nichts gefunden habe. Wenn ich das jetzt systematisch durchgehe. Ich bin so tired of all of this. Ich bin so tired. Ich bin so tired. So, 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 ich bin so tired. nein ich wollte zu wachen ich meine Land für mich und dann ein ganzes Weltkrieg zu uns Batterie und Film. Aber okay. Entel haben wir schon mal. Okay. Gut, das heißt in dem Zimmer ist nichts zu holen dabei. Gut, das ist alles zu holen. Oh, das Schirr ist... Man weiß nicht, wo er ist eigentlich. Ich muss meine Püren nehmen. Okay. raufarbeitet. 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 Oh shit. I need to take my pills. I'm so tired of all of this. What are you doing? I's doing so much fun. I doin' a vacation here. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, da ist der andere Spiegel. Speichern wir mal, dass wir den Filmprojekt eingesetzt haben. So, hallo Leute, es ist wieder soweit. Die Folge ist jetzt nun aus. Keine Sorge, es wird sicherlich noch eine Folge. Bis zur endgültigen Verabschiedung. Also bleibt dran, habt Spaß daran. Vielen Dank fürs Zusehen von dieser Folge. Bis zur nächsten. Ciao und Baba.